Was? Warum hast du mich... Nein, das war ein Gegner, das war ein Gegner. Wo ist der? Da, da, da. Nein, ich bin da. Kannst du mich holen schnell, ich bin so gut wie low. Moritz, du musst gucken, mach Bartpfannentechnik. Nein! Nein, Handi hinter dir. Alter! Das ist so lustig. Ich block ihn. Warte, ich block ihn. Digga, ich hab ihn. Ja, ich bin dauernd. Nein, fuck man, ich hab ihn gerade gekillt, so ne Scheiße. Aber es war richtig lustig. Fuck! Nein, was mach ich denn? Andi klick ihn jetzt. Nein. Digga, warum nimmt der denn diese Scheißwaffen hier die ganze Zeit? Digga, wie viele Leute hast du gekillt? Ich hab okay es gemacht. Digga. Digga, die haben wir so abgezockt. Hinten links, dahinter ist einer mit dem Ghillie. Ich versuch hier zu flankieren. Ja, hab ich gesehen. Geh hoch, hier nimm mal zweier Helmet. Zweier Helmet liegt unter der Treppe. Ich hab den Ghillie genackt. Nice, wo ist er? Oh. Einen von denen gefinished. Easy bei dir, Brody. Ja, ich hab einen getötet. Einer ist wieder im Haus. Hab ihn. Der war so geil, wie ich ihn geholt hab. Durchs Fenster durch. Nein schon, wie die hier schon Crossbow haben. Hab einen. Zwei sind direkt links in der Ecke stehen nicht. Beide. Hab einen. Nice. Ich bin jetzt gleich tot. Ist er nicht tot. Hab den anderen. Warte. Er ist kommend. End. Ja, das ist schwer jemanden zu treffen. Komm to us, go to us, go to us. Der Waffe ist halt nicht. Kannst du so krass nicht drauf. Ich mein, solange die Stillheilung geht's ja irgendwie, ne? Aber... Ha! Ha lol, die haben auch geflasht. Ich bin, ich bin sicher. Ich bin sicher. War von Wiener. Oh mein Gott. Digger, oh mein Gott, echt nice, Jungs. Nice, ja, Mann.